Hey YouTube, willkommen bei SayWhat. Ich habe noch zwei Giveaways ausstehen und die werde ich jetzt auslosen. Das erste ist mein Notenschnitt, da habe ich noch vier Promocodes, die ich jetzt verlosen werde und dann das zweite ist Sarge & Pushup und da habe ich sogar acht Promocodes. Also fangen wir jetzt an mit meinem Notenschnitt. Hier seht ihr die Teilnehmer. Wenn ihr daran teilgenommen habt, seid ihr auch dabei, ziemlich sicher. Ich meine, ich habe das ordentlich gemacht und die Liste sollte vollständig sein. Schauen wir mal. Also der erste Gewinner ist AlienCoded. Glückwunsch. Dann Nummer zwei von meinem Notenschnitt, der zweite Gewinner ist Technik App. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Dann Nummer drei. Sasori. Glückwunsch auch an dich. Und jetzt der letzte, den ich beglückwünschen kann, ist MrSuperBoris11. Auch dir Glückwunsch. Schreibt mir einfach eine PN, dass ihr diese App gewonnen habt und dann werde ich euch den Promocode baldmöglichst zuschicken. Jetzt habe ich ja noch die acht Promocodes für Sarge & Pushup und dann wollen wir die Liste mal eben hier reinkopieren. So. Das sind die ganzen Teilnehmer für Sarge & Pushup. Und die Zeit brauchen wir nicht so groß stellen. Machen wir mal fünf Sekunden, damit das nicht so lange dauert. Und los geht's. Wer gewinnt die erste, in den ersten Promocode für Sarge & Pushup? IceDuiTV gewinnt den ersten. Glückwunsch. Und weiter geht's. GagWiFi gewinnt den Nummer zweiten. Auch dir herzlichen Glückwunsch. BlauTheGreenStuff kriegt den dritten Promocode. Glückwunsch. Soll ich eigentlich Glückwunsch immer sagen? Alle, die jetzt gewinnen, denen wünsche ich da. Glückwunsch. Also, gratuliere ich dazu. AppFanboy hat die Nummer vier gewonnen. Musikman12345Hull gewinnt den fünften Promocode. Mr. Eugenem gewinnt Nummer sechs. Noch zwei Promocodes habe ich jetzt übrig. Ein NicoFun bekommt den Nummer siebten, also den siebten Promocode. Und der letzte Promocode geht an Batman vs. Joker 100. So, euch allen Glückwunsch, dass ihr gewonnen habt. Allen anderen, macht euch keine Sorgen. Ich verlose natürlich weiterhin immer wieder regelmäßig Promocodes. Aktuell zum Beispiel verlose ich SaferSMS als Promocode. Da habe ich auch ein paar bekommen. Und die findet ihr in dem Video, was ihr da gerade eingeblendet seht. Ansonsten werde ich jetzt keine dieser Auflösungsvideos mehr machen, da die immer ziemlich schlechte Bewertungen bekommen. Und deswegen möchte ich das nicht mehr machen. Also habe ich mir auf meiner Homepage www.thesaywhat.dk eine Rubrik erstellt mit Giveaways. Da seht ihr immer laufende Giveaways und beendete Giveaways. Und dort werden dann auch die Gewinner bekannt gegeben. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn ihr nicht gewonnen habt, alle anderen, die gewonnen haben, schreiben mir, wie gesagt, eine PN, dass sie gewonnen haben, welche App sie gewonnen haben. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut, bis der Ende und tschüss. Und dann sehen wir uns.